ZWEIKAMPFSOFA ZWEIKAMPFSOFA Wir spielen zusammen Ja, Moin Moin hier. Willkommen beim ZWEIKAMPFSOFA. Wir spielen Sniper Elite Nummer 3. Afrika heißt das Ding. Und die Mission, die jetzt kommt, heißt Alpha. Ja, passt. Alpha, ja, passt. Du willst nochmal Waffen kaufen, oder? Jo, ich muss mich erinnern. Mal gucken, wie das funktioniert. Schultertasche. LB-Bewaffnung. So, Alpha. So vier verschiedene Module, wo du verschiedene Waffensets zusammenbasteln kannst. Bearbeiten. Ich wollte mal gucken, ob ich irgendwas freigeschaltet habe für das blumige Gewehr. Ja, da kannst du ein Gewehr, aber am Anfang kannst du so ein Kackgewehr nehmen. Das ist nur eins. A. Was? A. Ich drücke A. So was von A. Gewehr anpassen. Tricky. A. Y. Und man kann auch nur ein Gewehr anpassen. Zielfernrohr Standard. Mit Ausführungszeichen. A. Ich habe gebläut. Ich habe gebläut und messing. Was macht das? Was kann das? Was will das? Also rot heißt Flattern wird mehr. Ja. Und gelb heißt Zoom wird besser. Und gebläut heißt Zoom wird schlechter. Ja. Ja. Wieso das Zielfernrohr Einfluss hat auf den Rückschutz verstehe ich nicht. Total Quatsch. Egal. Ich nehme Messing. Messing. Laufschutz. Da habe ich alles nichts. Ja, da war nichts. Da war kein Ausführungszeichen. Aber du vielleicht nicht. Aber ich habe nun meist nichts. Nein, nein, nein. Zurück. Ja. Und ich habe mir eine MP40 genommen. Warum? Ich habe da aber keinen bei. Achso. Du hast die ganz ausgewählt. Ich habe aber da noch jede Menge Gelbe. Naja. Da hast du gesagt, dass du wieder mit. Anstatt das zu nehmen kannst du wieder mitnehmen. Oh Landmine kannst du nehmen. Cool. Das kann ich nicht. Ha. Ich habe das Auto mit der Landmine gekämpft. Was eine ziemlich geile Aktion war. Wenn wir mal schauen wollen. Auf der letzten Folge. Da hat der liebe Mann hier einen LKW mit einer Landmine hochgespringt. Wo habe ich denn zweimal die M24-Granate da? Stattdessen könnte ich ja tatsächlich was anderes machen. Du hast ja auch nur eine Granate, ne? Oh. Ja gut. Okay. Ich bleibe aber dabei. Ich nehme eine Lampe mit. Kannst du dein Healt-Tag wegnehmen. Ist doch auch schade. Nein. Also das brauche ich allein schon, um dich wieder zu benehmen. Er ist in jeder Folge gesprochen. Ja. In jeder Folge. Immer. Immer. Übrigens, wir haben auch einen Facebook-Account. Wenn ihr mal Lustiges sehen und ein paar Infos sehen wir über uns. noch wissen wollt. Guckt da mal drüber. Freigeschaltet. Das ist mein Gewinn. Punkt. So. Los geht's. Warte doch mal. Kinders ey. Ja okay. Okay. Zurück. Zurück. Wir starten. Jetzt. Halpfeier. Pass. Vier. Drei. Zwei. 28. 47. 90. Habe ich jetzt gewonnen? Okay. Bingo. Mal übrigens eine Frage. Hast du eigentlich die ersten Teile gespielt? Für Ablenkung sorgen. Für Ablenkung sorgen. Wirf Steine. Ja. Wie im richtigen Leben. Da kriegst du einen Riesenstein in die Fresse. Sehr geil. Bei Phase 8. Er schmeißt Steine. Er reagiert da nicht drauf. Er schmeißt einen riesengroßen Stein. Das ist ein sehr geiles Comic. Ich mag das. Also das ist wieder so ein bisschen, ich nehme mich nicht ernst. Dich nimmt sowieso keiner ernst. So. Fragen wir mal. Hast du schon mal die ersten Teile gespielt? Das weißt du doch nicht. Ich habe dich aber gerade gefragt. Kannst du beantworten. Vorsicht. Ich schreibe aus dem Auto aus. Ich schreibe aus dem Auto aus. Ich schreibe aus dem Auto. Ich schreibe aus dem Auto aus. So. Ellebrück. Und wie machen wir Zellteilung? Plops. Oh. Böse. Das ist ja aber einfach. Das ist so einfach so. Das war aber einfach. Kann ich das von hier schon werfen? Ich werfe von hier einfach eine Granate und gut ist. Ja. Herrlich. Man kann sich in Büschen verstecken. Aber ganz ehrlich. Die sind so oskopisch klein. Diese Büschen traue ich mich nicht. Das ist so. Von hier aus kann ich nichts sehen. Das heißt aber nicht, dass da keiner ist. Wollte ich gerade sagen. Das muss jetzt da. Oder? Was ist das? Was ist das? Nein, das ist nichts. Du bist schon drüben. Okay. Sag doch was. Was? Was? Ich habe Angst. Brücken machen mir Angst. Was kann ich hier? Was mache ich hier? Ach ja. Einfach mal auf die Karte gucken. Es gibt jetzt mehrere Wege. Einmal rechts lang, einmal. Genau. Das Areal ist aber ziemlich klar, oder? Gehen wir rechts lang, oder? Ja. Du meinst wieder das Mädchen rechts, oder? Das ist schon der richtige Weg, ja. Aber es ist links rum. Auf der Karte ist das rechts lang. Also auf der Karte ist das rechts lang, also? Für euch genau andersrum, sozusagen. Also ich, egal. Das ist so. Mädchen links. Mädchen links. Ich schmeiße dir da hier Renate auf den Kopf. Hast du auch schon gemacht. Also, kenne ich schon. Alt. Ich bin ja viel gewohnt von dir. Ich habe übrigens immer noch kein Snipergewehr, was entscheidend war. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Sniper Elite ohne ... Auf was schießt du da? Mal ausprobieren. Ich gehe jetzt mal rechts lang. Du gehst jetzt links, oder ich bin rechts lang gegangen? Ich wollte eigentlich in irgendwelche Büsche, aber ganz ehrlich, diese paar Strungs hier, das ist irgendwie echt eiler. Da steht einer. Der sieht mich nicht mal. Ich habe mich nicht getarnt in den Büschen. Ist das cool. Das muss man mich erstmal nachmachen. Ich geh mal hoch. Das ist ... Ich bin in mikroskopisch kleinen Büschen getarnt. Das ist ein Hit, sage ich dir. Ein Hit? Den nehme ich weg. Den messer ich. Jetzt. Auf kurze Distanz. Still. Isoliert. Ich schweige. Jetzt kann ich den nicht durchsuchen, weil ich den noch ... Doch, ich kann ihn durchsuchen. Ha! Gib mir Moon. Gib mir irgendwas. Gib mir Geld. Kondome. Was auch immer. Danke. Kondome helfen. Auch mal Leben spielen. Wie war das so schön? Wie war das so schön? Kommt eine Frau in die Apotheke und sagt, ich möchte gerne eine Packung Kondome. Eine Tüte dazu? Ne, der hat mich schon mal gesehen. Nein, keine Art. Oh Gott sei Dank. Ich komme hier nicht weiter. Ich bin irgendwie ... Du sagst immer noch, ne? Böse. Echt böse. Ich habe mich schon mal gesehen. Ich habe mich schon mal gesehen. Vor allem für wen machen wir Dudes? Es ist immer wichtig, in der Tüte und Kalome dabei zu haben. Warum Dudes? Wo bist du? Warum? Warum? Oh Gott. Ich habe einen geschützt Dude weggeknüllt. Ja, hier. Ich bin wieder in mikroskopisch kleine Wüschen getan. Ich gucke mal auf der Karte, wo du bist. Ahhhh. Da sind mehrere. Das ist alles. Nicht so weit weg, würde ich sagen. Das ist schon ganz cool. Ahhhh. Ich habe hier keine Entdeckung. Ich hoffe nicht. Ich habe zwei markiert. Ich habe auch noch einen markiert. Das dürfte jetzt in deine Richtung gatschen. Was? Ja, da ist er doch. Oh, das ist einer. Siehst du ihn? Der ist nicht markiert. Der eine ist markiert da. Ich habe gerade auf deinem Monitor einen gesehen. Der war nicht markiert. Der klingt ja richtig Pipi in der Boden. Ich bin zu Glück. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Jetzt treffe ihn nicht. Meine Güte. Dann mach mal lieber einen Standortwechsel. Ich wechsle sowas von Standort. Meine Güte. Standortwechseln erfolgreich. Das ist schon wieder so ein Shooter geworden. Irgendwie mit... Hier liegt einer rum. Was macht der hier? Das war das? Ich verstehe dich. Ja. Wir sind zu leer. Es passt in die Decke. Wie immer. Aber da sind leider noch ganz viele andere. Standortwechsel erfolgreich. Hey. Du hast ein neues Gewehr fest. Ja. Toll. Wir snipern. Nee. 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 Du kannst nicht die ganzen Level. Ohne dass die einer sieht. Nein. Du bist doch da hochzukommen. Vielleicht nicht. Ich bin hingang. Aber die sind... Also man hat wenig Hells. Man ist relativ schnell platt. Ich habe einen Standortwechsel jetzt wieder mal gemacht. Merk mal was. Standortwechsel. Jawoll. War erfolgreich. Mannreich. Du siehst ja auf jeden Fall. Wer besser davor steht, das hast du abgeschlossen. Granato. Hau ab. Ich guck dich. Ich guck dich. Wieso? Ja. Also. Weder Sniper noch Elite werdet ihr erfinden. Dafür machst du die ganzen Kills jetzt hier gerade. So nebenbei gesagt. Nebenbei mache ich die Kills. Aber ich würde gerne eigentlich Snipern. Snipern. Was steckt da denn an dem Ding drin? Das ist ein afrikanisches Häuser. Das ist so... Jetzt hat sich so eine Voodoo-Puppe in groß. Ich sage jetzt nichts mehr hier. Was? Ich habe auch keine Ahnung. Aber davon habe ich jede Menge. Da steht einer. Hast du gesehen? Ich habe einen markiert. Siehst du das? Fantastisch. Im Gegensatz zu dir habe ich ihn markiert. Du sagst mir nur, neben dir steht einer. Habe ich nicht markiert. Vorsicht. Vorsicht genau vor dir. Darf ich dir eine Hand dran lassen? Habe ich erschrocken? Mann. Du bist nicht mein Chiropraktiker. Lass das. Mann. Boah. Alter. Puls von 370. So ein Kult. So ein Hals. Boah. Kannst du das doch mit dem alten Mann ja nicht machen. So. Wir müssen einfach geradeaus. Da ist ein Sternchen. Kann ich hier weiterlaufen? Wir machen das mit den Sternchen. Also ich versuche mal rechts lang zu latschen. Ich bin links. Also meinst du Mädchen rechts? Aber da bin ich. Hier gibt es doch ohne Hände Level und du weißt nicht. Level? Wird das noch dazu? Wird es nicht dazu? Es gehört alles dazu. Wir sind in einem Level. Einer mischen. Was? Im Kreismenü. Lassen Sie auf Favoriten. Ja. Wieder egal. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Wo ich meine Sachen hinlege, geht dich gar nichts an. Das geht dich doch ein Scheißdreck an. Boah. Oh. Warte. Erkunden. Ich habe einen 50 XP bekommen hier oben. Warum? Weil ich was erkundet habe. Na toll. Du bist Mr. Erkundung. Ich erkunde mal mit dem Fernblas. Ich sehe immer noch den einen Blut. Wie weit schießt mein Gewehr eigentlich? Ob ich den von hier kriege? Alter. Ah ja. Okay. Da hinten. Das ist nicht so weit weg. Das ist arschweit weg. Hier siehst du. Zoom geht nur so weit. Ich probiere es. Achtung. Hör. Hör. Ja. Bleib nochmal da dran. Bist. Daneben. Das ist gar nicht so einfach. Verdammter wachst du. Jetzt? Jetzt bewegt er sich. Jetzt muss ich wieder. Er bewegt sich. Hihihihi. Also in der Zeit renne ich hin und messer ihn. Okay? Wie lange Luft anhalten kann der auch nicht, oder? Der muss auch ein bisschen Sport treiben für den Menschen. Erstens die 8-8er finden. Oha. Ich gehe jetzt über die Treppe. Äh Treppe. Ist das die Treppe? Nein. Also gut. Kopfschuss. Isoliert. Stabilisiert. 90, 96 Meter. Jawoll. Dann haben wir ins Gesicht gebratzt. Bratzhammerball haben wir gespielt. Das ist ein bisschen auch schon da oben hier. Zerstöre 130 Meter. Ich gehe so einen kleinen, also ganz links ist so ein kleiner Gang, da gehe ich jetzt lang. Was auch immer das ist. Und ich gehe ganz normal. Nein. Geht es um unsere Neuankömmling? Um wen denn sonst? Unseren neuen Aufseher für Verteidigung. Also ich höre Leute labern. Wo sind die? Das will ich auch gerne wissen. Wo? Ich hoffe, die sind nicht über mir. Ach, die könnten auch über mir sein. Ohne dieses komische Ton. Er muss hier irgendwo sein. Wo seid ihr? Ist die Frage. Nicht wo ich bin. Ich weiß wo ich bin. Aber wo seid ihr? Ach, da hockt einer. Ja. Das könnte sein, dass er mich entdeckt hat, oder? Ja. Ich würde sagen, der nachgekommen. Fantastisch. Ja. Ja. Ich fahle runter. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Jetzt nur nicht unachtsam sein. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Ich dachte gleich zweimal. Ich kann mich irren, aber... Äh, was? Hast du irgendwas aktiviert? Nein. Meine Munition ist knapp für was? Achso, für die... Für die MP. Ich bin zu schnell für euch. Bis schon wieder am sterben. Hahaha. Er stört mit jeder Folge. Das ist so geil. Dass der LKW auch gleich neben mir explodieren muss. Das ist geil, ey. Ich finde es nur geil. In jeder Folge. Sehen Sie in jeder Folge vom Zweikampf-Sofa. Wie der Smirk abkackt. Nu. Nu. Na? Lebst du noch? Das ist so. Das war ja wohl nicht geplant, ey. Nu. Waren so gut, ey. Was? Guckst du uns beim Spielen zu? Huuu. Juhu. Alter. Warst du immer blau? Oder warst du einfach... Oh. Kann ich noch mal mit anders oder was? So. So vorne als geht oder sowas. Das ist doch geil, ey. Scheiße Drecke. Äh. Wie geht das nochmal? Oh. 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 Ach, Sniper da oben. Deswegen. Mach das gerade. Aua. Aua. Ich bin immer so rasch da hinter dir, ey. Ja. Irritiert auch gar nicht, ne? Oh. Das ist... Sie ist geblieben. Wir sind aber irgendwie gerade befrieden hier. Es gibt mehr Frieden. Ah. Sie ist ja auch nicht der Satz, ey. Sie ist... Sie ist kein Satz, das ist ein Wort. Aber ich erklär dir das mal, wenn der alleine so... Uuuu. Abstand. Du Scheiße. So. Oh, ich schieß was. Jetzt bin ich ganz oben. Uuuu. Uuuu. Wo ist der der... der da... Rrrrrrrrrrrrrmk macht. Und... Nein, na gut. Hier geht hier was ab, ey. Aber wir machen das echt wie die letzten Hausarbeiten. Ja, schuld, der hält sich da drin. Ey, die deutsche Entgüse auch nicht. Die Flachen, die Flachen. Ich versuche Leute zu wegzumähem, aber ist freigeschaltet gerade, weil ich hier nicht gucken kann. Hallo? Steht vor mir. Ich habe zweimal durch ihn durchgeschossen, obwohl er... Äh, Mann, ey, wie viel Munition knappe? Ja, diesmal hast du auf jeden Fall mehr Kills, würde ich mal so sagen. Nee, deutlich nicht. Was? Nee, warum nicht? Was? Was hast du denn mit denen gemacht? Hast du ihn mit Grattebeuschen beworfen oder was? Dann habe ich in die Nüsse geschossen. Warum lebt der noch? Der hat's voll in die Nüsse gekriegt. Anscheinend sind die Nüsse jetzt wirklich wichtiges, denn auch da drüben ist nur einer. Ja. Wir müssen uns ja mal ein bisschen übereinkehren lassen, oder? Kannst du, äh... Ich gucke gerade, da war noch ein Typ da drüben. Hast du ihn schon gekriegt? Ich weiß nicht, wo du jetzt bist, aber... Ach, da ist er. Warte, 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 nicht bewegen, nicht bewegen. Ich habe einen Helm im Bild. Warte, ich muss erst wieder zur Ruhe kommen, nicht bewegen. Wieso nicht? Nicht bewegen? Ich muss einfach nicht. Fließ doch, eigentlich. Der blöde Sack. Ähm, hallo? Der ist hier oben? Hallo? Wie ist das denn, Pumpe? Wie ist der Ende gekommen? 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 Wie ist das denn? Hallo? Was ist das für eine Pistole? Das ist eine normale... ...Würze. ...und wenn du drauf kommst, dann... 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 ...und wenn du auf den Arsch... ...die... ...und... 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 Hast du den Fall von dir gesehen, der auf mich geschossen hat? Ne, gehört habe ich nie. Plötzlich flog bei einem Gehirn im Oberhausen. Ach, alles gut. Ja, auf jeden Fall. Stop, 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 stop. Ja, 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 ja. Wo ist dein Schild? Oh, wo ist es denn hin? Ja, wo ist es denn hin? Oh! Alter, ich habe es schon gekriegt. Man muss nicht zu dir laufen, um ihn wieder zu beleben. Das ist ja... Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Normalerweise bin ich derjenige, der immer vorne im Gewühl steht... ...und immer drauf geht und wiederbelebt werden muss. Ich habe das Hellspack gemacht. Und er ist eigentlich der mit dem Hellspack und mit dem Snipergewehr. Aber in diesem Spiel ist es komplett anders. Und ich bin nur noch nicht wieder zu beleben. Was ist denn jetzt? Das ist ja eine Antiquizelle. Ich finde es witzig. So. Ja. In diesem Sinne. Und tschüss. Tschüss. Abo hier, alles da.